Meerbarben, Mulide, Größe 15 bis 40 cm. Meerbarben sind mittelgroße, längliche Fische mit einem Gabelschwanz. Sie haben zwei deutlich getrennte Rückenflossen. Das typische Merkmal der Meerbarben sind zwei lange Barteln unter dem Kinn. Mit diesen durchstöbern sie den Untergrund nach Nahrung. Meerbarben, Mulide, Größe 15 bis 40 cm. Meerbarben sind mittelgroße, längliche Fische mit einem Gabelschwanz. Sie haben zwei deutlich getrennte Rückenflossen. Das typische Merkmal der Meerbarben sind zwei lange Barteln unter dem Kinn. Mit diesen durchstöbern sie den Untergrund nach Nahrung. Inhalt. Untertitelung des ZDF, 2020